So, nach endloser Wartezeit geht's auch hier endlich mal wieder weiter. Ich weiß, ihr wisst schon vollkommen verrückt sein vor Erwartungszeug und so. Nachdem wir den Endgegner geschnetzelt haben, oder besser gesagt die Endgegnerinnen, wenn es das Wort überhaupt gibt, haben wir dieses Teil da gekriegt. Warte. Geisterschlüssel. Erinnert mich an Yu-Gi-Oh! GX, aber das sag ich nicht. Oh, ich hab's ja schon gesagt. Naja, und jetzt laufe ich noch hier mal um, um euch auf die Folter zu spannen, bevor wir die Treppe raufgehen und Tetra finden werden. Hahaha. Zumindest wurde uns das so gesagt. Und ich glaube, durch diesen Schlüssel sollten wir hier raufkommen können. Wenn ihr das anders seht, sagt es mir. Aber ich glaube, es wird jetzt eine Zwischensequenz kommen. Ist das Tetra? What the fuck? Sie ist versteinert. Oh mein Gott. Heul. Was sollen wir machen? Sie, sie ist versteinert. Nein. Oh, sorry, dass ich so spät dran bin, Kleiner. Ja, ich komme einfach mal so nachher. Die Monster tauchen zwar immer wieder auf, aber nachdem du den Ecklingel besiegt hast, sind sie wieder weg und ich kann einfach so durchspazieren, weil ich es mir leicht mache. Ja. Der Nebel ist einfach verschwunden. Aber warum sehen wir dann hier noch Nebel? Also ich sehe noch Nebel. Seht ihr noch Nebel? Ja. Deswegen konnte ich auch hierher kommen. Und? Der Schatz. Es gab doch einen Schatz. Wenn nicht, dann werde ich dich töten. Weil ich will nur Geld. Ich bin so geldgeil wie ein YouTuber. Na, nicht was. Wovon redest du? Die Freundin von Manuel steckt in Schwierigkeiten. Und du bist so dumm und denkst immer nur an deinen scheiß Geldgeilheit, du. Das ist also deine Freundin? Sieht blass aus. Ja. Sie hat vom Braten graue Haare bekommen. Ja, nicht nur graue Haare, sondern auch gleich den ganzen grauen Körper. Extrem langes Wort. Warum hast du dich nicht beeilt, Link? No. Ja. Als hätte man ihr die Seele weggenommen. Möhöhöhöhöhöh. Was in aller Welt ist mit dir passiert? Tuck, tuck, tuck. Huh? Ihre Lebenskraft wurde vom Geisterschiff ausgesaugt. Großvater, was machst du denn hier? Und jetzt ist endlich die Zeit gekommen, dass wir erfahren, was es mit diesem Kerl auf sich hat. Wenn du so weit gekommen bist, Manuel, musst du wirklich die Kraft des Helden besitzen. Die Zeit ist reif, alles zu erzählen. Vielleicht ahnst du es schon. Aber diese Meere gehören mir. Ich bin der große Geist. Der Meereskönig. Dum, dum, dum. Es passierte alles vor einigen Jahren. Das Böse erschien aus dem Nichts und griff mich an. Sein Name... Das kommt doch nicht, okay? Sein Name war Bellamu. Er entpuppte sich als ein furchtbares Ungetüm, das Energie frisst. Wie ihr bereits wisst, besitzen alle Dinge auf der Welt eine heilige Kraft. Diese Kraft nennt man Energie. Die Quelle meiner Kraft, der Lebenssand, ist eine Kristallisation dieser Energie. Wahrscheinlich kam er hier in dieses Meer, weil er unter dieser Energie her war. Natürlich habe ich mich zur Wehr gesetzt. Aber mein Gegner war ein Ungetüm, das Energie frisst. Er durchschaute meine Angriffe und ich wurde leicht besiegt. Ich wurde in die Tiefen des Tempels hinabgezerrt, wo die Sonne nicht scheint. Versiegelt wird meine eigene Energie immer noch von ihm ausgesaugt. Er benutzt die Energie, die er ausgesaugt hatte, um immer mehr neue Monster hervorzubringen. Die Lichtgeister der Kraft und Weisheit wurden ebenfalls versiegelt. Aber Siela klonte sich und ihr gelang die Flucht. Zur selben Zeit verlor sie wohl auch ihr Gedächtnis. Selbst unter den Monstern geboren aus Lebenssand sind einige besonders böse. Die Phantome, die den Tempel durchstreifen, sind seine Abkömmlinge. Über die Maße stark, dick gepanzert, praktisch unbesiegbar. Sie bewachen den Tempel. Schon längst kann sich niemand mehr, Belamu auch nur näher. Ich hatte nur eine Chance mit meiner letzten verbleibenden Kraft. Klonte ich mich, wie Siela es getan hatte. Dann baute ich mir ein Haus auf der Insel Mölka. Ich benutzte den Lebenssand, um die Phantomsand-Uhr zu erschaffen und damit in den Tempel hinein zu gehen. Ich suchte noch einen Weg, Belamu zu besiegen und wartete ab. Siela, entschuldige, dass ich so lange geschwiegen habe. Auch die Lichtgeister der Kraft und der Weisheit haben Verständnis für mich gezeigt und sich mit Details zurückgehalten. Aber dass ich dich am Strand fand, war Zufall. Du hattest Amnesie und Monsterschreifen umher. Ich hielt es für das Beste, fürs Erste zu schweigen. Die Inseln hier sind für gewöhnlich voller Energie. Lol. Sie sind wohl erschienen, um das zu verschlingen. Und Link schaut gar nicht hin. Sie wollen nur ihre leeren Bäuche füllen. Es hungert sie nach Energie. Boah. Auf einmal ist sie ja gar nicht mehr grau. Oder ist das ein Bug? Ah, das ist ein Bug. Nicht wundern, warum Tetra plötzlich nicht mehr grau ist. Das ist irgendein Bug vom Emulator. Keine Ahnung, was das ist. Aber stellt euch einfach vor, sie wären doch immer grau. Das Geisterchef diente dazu, Energie auszusaugen. Die Gerüchte über Schätze an Bord sollten Opfer anlocken. Belamu war nicht damit zufrieden, nur meine Energie aufzusaugen. Auch wenn es wenig war, er musste auch noch den Menschen die Energie abzaugen. Es scheint, dass Tetra sehr stark ist. Das Schiff wurde von ihrer Energie abgelockt. Ah, wieso Energie? Da steht doch Kraft. Na egal, angelockt. So fand es seinen Weg zu ihr. Und jetzt kommt er erst drauf. Moment mal. Was heißt? Es gibt gar keinen Schatz? What the fuck? Ich wollte doch immer nur den Schatz fällig gelb begleiten. Ah. Jetzt bin ich traurig. Ja, das habe ich gerade gesagt. Oh. Soweit ich es beurteilen kann, ist Tetra noch am Leben. Besiege das Monster. Mal, das sieht so aus, als hätte ich diesen Milchbart. Lol, scheiß Evolator-Bag. Bei mir das Spiel auf dem ersten Desk spielt, ist die da überall noch grau. Also, die ist nicht farbig. Hm. Besiege das Monster, bevor, äh, Milchbart, äh, deine Energie aufgebraucht ist. Ich muss den Lebenssand zurückerobern. Damit kann ich Tetra ihre Energie zurückgeben und sie heilen. Und ja, auch noch den Milchbart von der Backe putzen. Ha. Ne, das ist jetzt nicht mehr lustig. Es gibt eine Insel nördlich der Insel des Windes. Ein Sch... äh, geht dorthin und besucht den Schmied Sauz. Er wird euch mehr über Bellarmu erzählen können. Big Brother's watching you. Das Auge da hinten. Ha, ha, ha. Ja. Er weiß, wie man Bellarmu besiegen kann. Du machst wohl Witze, Opa. Ich bin Geldgeiler, das gibt gar keinen Schatz. What the fuck. Ich dachte, es gäbe ihr Schätze. Das ist der einzige Grund, warum ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Ja klar. Er hat doch überhaupt nicht sein Leben aufs Spiel gesetzt. Oder etwa doch? Ich weiß ja nicht, was passiert war, während er sich um sein Schiff gekümmert hat. Äh, ja. Und jetzt sagst du, es gibt gar keinen Schatz. Eine Welt bricht für mich zusammen. Ich bin Gesetzwort. Äh. Ich schmeiß die Suche hin. Hey, hast du überhaupt zugehört, du Spost? Als ein Mann der See, willst du da dem Meereskönig nicht helfen? Nein. Und mein Schiff könnt ihr euch auch abschminken. Natürlich sollst du es nicht umsonst machen. Drei, zwei, eins. Wenn du uns hilfst, Bellamut zu besiegen, werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Und? Na, wie klingt das? Äh. What the fuck. Wir gehen, Ankerlichten. Beeilung. Rumpf. Wenn's um Geld geht, ist er sofort zur Stelle. Es tut mir so leid, dass du und Tetra in diese Sache verwickelt worden seid. Und übrigens, ich wusste nicht, was davor los war, als das irgendwie stehen geblieben ist. Wahrscheinlich wieder ein Emulator-Wack. Mit deiner Stärke kannst du Bellamut besiegen. Mein echter Körper ist tief im Tempel versiegelt. Auch Bellamut ist wohl dort. Eigentlich sollte ich diese Schlacht selbst schlagen. Aber ich lass dich das machen, weil du bist nicht alt. Aber du bist unsere einzige Hoffnung. Naja, so kann man's auch ausdrücken. Wir zählen auf dich, Manuel. Was machst du denn, Manuel? Schnapp dir deine Freundin und komm zurück. Oh, stellen wir Täter da ab. Jetzt ist sie wieder grau, wie ihr seht. Sie ist sprachlos vor Glück, weil wir sie endlich gerettet haben. Stirb. Yay, ich hab ihr das Herz rausgerissen. Voll grausam. Bumm. Und ein zweites Herz. Sie hat genauso viele Organe wie Link. Haha. Alles klar, Manuel. Wir müssen hier raus. Ich will den Wunsch. Jetzt ist nicht die Zeit, mit offenem Mund herumzusitzen. Oder mit geschlossenem. Oder irgendwie anders. Der alte Mann sagte, dass sauzt der Schmied den nächsten Hinweis auf. Wir müssen diesen Schmied finden und Bellarmu besiegen. Nur so komm ich an meinen Wunsch. Und dann. Und dann wird der Schatz mir gehören. Haa. Muhuhuhu. Was ist bloß los mit dir? Hey, Manuel. Müssen wir diesen Kerl wirklich mitnehmen? Äh, ja, eigentlich schon. Also, ja. Wenn wir genug Rubine hätten, um sein Schiff zu kaufen, nicht. Dann würden wir den Haien zum Brass verwerfen. Aber leider sind wir nicht so gut wie andere Phantom-Augler-Spieler und haben noch nicht so viele Rubine. Nicht, dass wir uns das Schiff wirklich kaufen könnten, aber das wäre ja mal geil. Naja, jedenfalls. Naja, jedenfalls. Lass uns aufbrechen. Saus lebt auf der Insel nördlich der Insel des Windes, richtig? Gar nicht so weit von hier. Lass uns keine Zeit verschwenden. Auf geht's. Abfahrt. Und der Nebel ist endlich weg. Genau, wie auch das Geisterschiff. Und wo mir gerade auffällt, nördlich der Insel des Windes. Was haben wir denn da? Ich sehe da ein komisches Kreuz. Möglicherweise ist es das, wo wir hin müssen. Aber nachdem wir das jetzt endlich geschafft haben, gibt es wohl einen Grund zum Feiern. Lass uns das Fass aufmachen. Und da sehe ich eine Insel. Anscheinend waren wir im Recht und das ist die Insel, auf der Saus der Schmied lebt. Da ist ja eine Insel, wer hätte das gedacht? What the fuck? Da ist ja eine Insel. Manuel, und es sieht so aus, als könnten wir dort anlegen. Obwohl es voll steinig ist und in Wirklichkeit viel größer, als es aussieht. Da, ich habe sie auf unserer Karte eingezeichnet. Wollen wir kurz auf sie nehmen? Los, los! Und dann kommen wir auf Saus Insel an. Ich hoffe, der Ingame-Sound ist nicht zu laut. Bei mir hört sich das nämlich gerade genau voll laut an. Aber da der Briefkasten irgendwie nicht sich beruhigen will, haben wir wahrscheinlich einen Brief. Ich habe immer wieder eine andere Stimmung für den Bossboten. Ach, wie nett. Da ist ein Brief von JoLynn. JoLynn. Ja. Ach, die miese Piratin. Ähm, dann lese ich mal. Ja, an meine kleine Schwester JoLynn. Viele Jahre sind vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Geht es dir gut? Hoffentlich hast du keinen Ärger gemacht. Oh, mach dir um mich keine Sorgen. Mir geht's gut. Wie du siehst, bin ich munter wie immer. Du bist die einzige Schwester, die ich auf dieser Welt habe. Ich würde dich gerne wiedersehen und über alte Zeiten plaudern. Aber ich muss dich fragen, bist du, du weißt schon, bist du immer noch so versessen aufs Verkleiden wie früher? Es ist wohl nichts dabei, sich als Meerjungfrau zu verkleiden und ab und zu etwas Spaß zu haben. Aber bleib nicht so lange im Wasser, oder? Du kommst nie mehr an Land. Ja. Und du bist hässlich. Deine Schwester, die Piratin JoLynn. So steht das hier. Oh, sieht so aus, als wäre der Brief gar nicht für dich, Manuel. Da hat er sicherlich das Schicksal seiner Finger im Spiel. Oder ich. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte bring den Brief zu JoLynn für mich. Ja. Du hast JoLynn's Brief erhalten. Oh, so rosa mit Herzchen. Süß. Ein Brief von JoLynn an ihre jüngere Schwester. Wenn du ihn herbringst, freut sie sich bestimmt. Jedenfalls kannst du ihn im Sammlungsbildschirm anschauen. Begröpschen. Ein guter Weg für Leute, sie kennenzulernen. Okay, ich muss weg. Jo. Ich werde, ich kriege jetzt wieder Daumen runter wegen der Poststimme. Aber es entwickelt sich einfach. Ich dachte jetzt einfach, ich dachte, Jo, Stimme. So selten wie der Postbote kommt, weiß man hier nie, hey, was ist das? Ernsthaft, was ist das für ein Teil? Steinplatte. Markiert das irgendwas? Jetzt ist das sicher nicht ohne Grund da. Markieren. Wenn wir noch mehr von denen finden, sollten wir uns hier auch markieren. Weil ich habe das Gefühl, Gefühl in Anführungszeichen, dass da irgendwas sein könnte. Oh, Händen. Ah, Hähnchen. Sterbt. Ich will euch haben. Muhahaha. Ah, mit den Hähnchen können wir ja fliegen, oder? Ruhi. Yay. Ich bin so gut. Ach, stirb. Stirb, stirb. Stirb. Was sollst du runter? Ach. Na, das... Ah, jetzt bin ich runtergekommen. Deine Mutter. Ich wollte auch nur, dass das Hähnchen mich nicht stört. Ich liebe Hähnchen. Ach, jetzt haben wir zwei da. Haha. Ja. Und wir haben einen Weisheitstropfen erhalten. Jetzt sind wir um ein bisschen weiser. Aber ich kann ihn leider noch nicht benutzen. Das kommt übrigens auch später, wenn man sie schon benutzen kann. Und jetzt wirst du sterben. Mö, okay. Ich habe außerhalb des Willeschirms getippt und deswegen war eine kurze Pause, aber... Ist das Sautz der Schmied? Es sieht so aus. Er ist ein Schmied und er wohnt auf Sautz-Insel. Wer könnte das also sein? Henry! Ähm, es tut mir leid, dich zu unterbrechen, aber bist du Sautz? Nein, ich bin Henry. Ihr seid diejenigen, die nach Vellaboo suchen, nicht wahr? Nee, Spaß, natürlich ist das Sautz. Du bist zwar noch ein Kind, aber wenn ich in deine Augenblicke, weiß ich, du bist der Held, der vom Meereskönig auserwählt wurde. Großvater Sivan hat uns von dir erzählt. Synchrophil. In welcher Beziehung stehst du eigentlich zu Großvater? Wisst ihr, seit Generationen lebten unsere Vorfahren, um dem Meereskönig zu dienen. Sie verteidigten den Meereskönig in einer Zeit, als das Böse auf See lauerte. Mein Volk schmiedete seine eigenen Waffen und kämpfte in epischen Schlachten. Ihr sucht eine dieser großen Waffen. Ein Artefakt namens Phantomschwert. Also können wir Bellamoo mit diesem Schwert besiegen? Das ist korrekt. Bellamoo besetzt die Kraft, die Lebenskraft auszusaugen. Nur das Phantomschwert kann ihn besiegen. Manuel, nun musst du das Phantomschwert in die Hand nehmen und Bellamoo besiegen. Okay, Manuel, lass uns Bellamoo fertig machen. Sauts, leist uns das Phantomschwert. Es existiert nicht mehr. Ich hab's kaputt gemacht, als ich als Kind damit gespielt hab. Ja, Fade. Was? Es existiert nicht mehr? Nein! Es existiert nicht mehr. Was meinst du damit, es existiert nicht mehr? Hatten wir das nicht gerade schon? Warum sagst du uns, wir sollten Bellamoo besiegen, wenn es so ziemlich unmöglich ist? Nur keine Aufregung. Ich bin Sauts, der Schmied. Es existiert zwar nicht, aber ich kann es schmieden. Oh, das kannst du? Da hast du wohl recht, schätze ich. Und dann? Nun, worauf wartest du noch? Schmiede das Schwert. Und dann? Ich kann nicht. Haha. Du kannst nicht? What the fuck? Willst du uns verarschen? Das scheiß Schwert aus, oder ich werde dich mit meinen Fairy Powers zu Asche verwandeln. Was? Wie? Du kannst, kannst wir uns machen. Machst du Witze? Das Phantomschwert ist kein gewöhnliches Schwert. Wer hat's gedacht? Normaler Stahl kann die heilige Kraft nicht aufnehmen. Scharlachstahl, Azuerstahl und der Smaragdstahl. Diese drei Stähle werden benötigt, um das heilige Schwert schmieden zu können. Komm, Manuel, lass uns diese drei Stähle finden. Wo könnten die drei Stähle sein? In Stahlhausen, Stahldorf und Stahl am Meer. Ja. Vor langer Zeit schenkte der Meereskönig die Stähle drei Stämme in dieser Welt. Die drei Stämme müssen diese Schätze über Generationen weitergegeben haben. Wenn du diese Stämme besuchst, solltest du etwas über die Stähle in Erfahrung bringen können. Drei Stämme. Aber wohin sollen wir gehen? Wir sind viel gereist, aber haben noch nie jemanden getroffen, der einen dieser Stähle hatte. Du musst neue Seekarten finden. Ah, suchen. Du wirst mehr Seekarten brauchen als die, die du bereits hast. Manuel, betrete den Tempel des Meereskönigs. Wem ist schon das Zweifels im Hintergrund aufgefallen? Ja, betrete den Tempel des Meereskönigs und hole die nächste Seekarte. Aber wir sind bereits bis zum Boden des Tempels vorgedrungen. Da sind keine Wege mehr, die wir nehmen könnten. Da ist eine Tür, die sich öffnet, wenn man ein Symbol zeichnet, nicht wahr? Wenn du dieses Symbol auf die Tür zeichnest, sollte sich dir ein anderer Weg öffnen. Wow, wer hätte gedacht, dass diese Tür so ein Geheimnis hat? Manuel, notier dir das Symbol und lass uns zum Tempel gehen. Manuel, viel Glück da draußen. Ich sterbe vor lauter Halsweh. Ah, so, jetzt musste ich mal kurz das Mikro minuten, um zu husten. Hühnchen, du bist schuld daran. Ich schau jetzt mal, ob ich noch mehr solche Steine müh. Schon wieder? Eil Post, pass auf, ich komme. Yay. Pwicka, 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 pwicka. Da ist ein Brief von Romani von den Mö Lude. Mö Lude. Ähm, dann leise ich mal. Hey junger Mann, wie geht es dir? Ich habe mir ein tolles neues Hobby zugelegt. Aber ich kann es nicht in einem Brief erklären. Wie frustrierend. Nun, komm vorbei, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Du wirst es sicher nicht bereuen und hier ist ein Eröffnungsgeschenk für dich. Nimm es. Von Romani. Dadadadam. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber haben wir das nicht schon gemacht? Naja. Wenn du in die Werf gehst, kannst du die Teile auswechseln. Zieh auf dem Sammlungsbildschirm nach. Wir haben den Glocken angehalten. Und so endet der Brief. Hast du alles verstanden? Dann bin ich weg. So. Hallöchen. Also, hast du herausgefunden, wie man dieses Monster Bellamu besiegt? Wie? Was? Ein Schwert? Stahl? Hey, 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 warum müssen wir jedes Mal? Okay, ich fall dir bis zum bitteren Ende, aber nur weil ich den verdammten Wunsch haben will. Und dann machst du diesen Bellamu fertig. Verstanden, Manuel? Nun denn, wir müssen den See stechen. Ja, das müssen wir. Denn im nächsten Park geht's dann weiter zur ersten Stahlinsel. Nicht Spaß, dann geht's erstmal zum Tempel des Meereskönigs mit dem neuen Trifor-Symbol. Dam, da, dam, dam.